Musik Der Kanarische Archipel ist vulkanischen Ursprungs und besitzt sieben Inseln. Mit 706 Quadratkilometern ist La Palma die fünftgrößte der Kanaren. Über 100 Vulkankegel ziehen sich ringförmig bis an die Südspitze der Insel. Dadurch wird La Palma in eine West- und eine Ostseite geteilt. Musik Santa Cruz de la Palma, meist nur kurz Santa Cruz genannt, liegt unterhalb der bewaldeten Berghänge der Kumpre. Malerisch am Meer liegen, ziehen sich die Häuser an den grünen Berghängen empor. Der Hafen hatte in früheren Zeiten eine große Bedeutung für den Überseehandel zwischen Amerika und Europa. Nahezu jedes Schiff aus Amerika legte hier einen Zwischenstopp ein. Musik Dem Hafen der Inselmetropole ist von seiner einstigen Bedeutung als Zwischenstation in die neue Welt nur wenig geblieben. Heute hat er aber einen wichtigen Anteil am Wirtschaftsleben der Insel. An der großen Mole legen täglich Frachter und Autofähren an, die eine Verbindung zu den anderen Kanareninseln aufrechterhalten. Auch Kreuzfahrtschiffe haben La Palma in ihr Programm aufgenommen und gehen im Hafen von Santa Cruz vor Anker. Musik Der Altstadtkern von Santa Cruz ist zum kunsthistorischen Baudenkmal erklärt worden. Hier sieht man neben neuen, repräsentativen Gebäuden auch einige alte Häuser im kanarischen und kolonialen Stil, die unter anderem kunstvoll verzierte Holzbalkone aufweisen. Musik Dem Besucher erwarteten Santa Cruz kein großstädtisches Flair. Doch oder gerade deswegen sollte man unbedingt einen Abstecher in die Inselmetropole einplanen. Die Plaza de España ist der Mittelpunkt von Santa Cruz. Eine Palmenreihe grenzt den Platz zu einer belebten Straße ab. Neben der Kirche befinden sich stattliche Bürgerhäuser aus dem 18. Jahrhundert. Musik Santa Cruz ist eine der schönsten Städte des Kanarischen Archipels. Die lauschigen Plätze und verträumten Winkel strömen heute noch das Flair der einst zur stolzen und reichen Hafenstadt aus. Musik Die verwinkelten Gassen führen wieder auf die parallel zur Küste verlaufende Avenida Maritima, eine nur auf der Landseite bebaute Uferstraße. Neben Straßencafes befinden sich hier vor allem die neuen und repräsentativen Gebäude der Stadt. Musik Etwa vier Kilometer nordwestlich von Santa Cruz liegt der malerisch gelegene Ortsteil Las Nives. In Las Nives steht eine Wallfahrtskapelle, die aufgrund einer Marienerscheinung errichtet wurde. Die Wallfahrtskirche beherbergt die hochverehrte Terrakotta-Figur der Jungfrau vom Schnee, der Inselschutzheiligen. Die Jungfrau thront über einem Altar aus massiven mexikanischem Silber. Die Terrakotta-Statue der Inselschutzheiligen wird seit 1680 alle fünf Jahre in einer feierlichen Prozession hinunter nach Santa Cruz getragen. Sie gilt als älteste heiligen Statue des Kanarischen Archibels. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020